Mahlzeit! Tag! So, was darf's denn sein? Ja, hör mal Chef, ich brauche so ein Ersatzteil für meine Karre, ne? Was denn genau? Einen 7-10er-Deckel. Bitte was? Einen 7-10er-Deckel? Soll ich denn buchstabieren oder wat? Ähm, was genau sollen das sein? Sag mal, bin ich hier in der Werkstatt oder in der Pommesbude? Einen 7-10er-Deckel gibt's nicht. Ich glaub, mein Schweinfurzler Paloma. So ein Teil ist doch in jeder Karre eingebaut. Hier! Da diesen 7-10er-Deckel, du Gimpel! Ja, nee, ist klar. Ha!